mach ich diesmal und hallo liebe rambazamba tv freunde videoaktionszielzeit mit mir und Sascha und mir wir haben heute passend zu dem schönen wetter oder jetzt es ist ja bald vatertag genau 26.5. ist vatertag da haben wir noch ein richtig schönes vatertagsgeschenk und zwar haben wir einen richtig stabilen grill mit so einem tischchen an der seite also alles ein bisschen vernünftig haben wir einen schönen grill genau qualitativ wirklich sehr hochwertig steht hier bei uns im markt schaut euch mal ein so sieht das teil aus das brennteil ist schon komplett in der kiste vormontiert man muss nur das gestell drum machen ja man hat hier einen pizzateller einsatz man kann auch einen bock rein machen eine bockpfanne und so weiter ja also ein richtig schönes teil druckwinter ist auch dabei ja was kostet mit dem baumarkt mindestens 15 euro wenn du den extra kaufen muss so ist er nämlich verpackt schaut mal so ist das teil verpackt in der riesen kiste so wird er euch geschickt ja wir machen den preis von 399 hat er mal gekostet wir haben wie viel haben wir 50 stück ungefähr da kommt aufkleber drauf transport kommt dazu aber wir machen das für ein preis ein superpreis wir sagen mal da ist eine 1 die zweite ziffer ist die letzte ziffer die letzte ziffer von den drei ziffern ist auch naja genau was machen wir dazwischen eins und eins macht zwei eins und eins macht zwei dazwischen also 121 euro das ist eine riesen packung 121 euro hauen wir den raus ja plus versand versandkosten schmerzen des beitrag gibt es kein weil wir kriegen hier nichts mehr rein da kommt wie gesagt aufkleber drauf und abfahrt zu euch nach hause damit er auch beim papa tag noch da ist und das ist ein mega kurs für diesen kann man hier auch noch sich besorgen aber ich denke vieles hat man zu hause eine grillhaube zu hause gasflasche und los geht's und schon kann am vatertag gegrillt werden das ist der grill deal übrigens und dann noch mal der hinweis wir haben unseren mega gartenschaufel hier das war ein deal die letzten zwei drei wochen haben wir den oder den postet müllerschen oder sascha nachher noch mal drunter mit den bildern und den ursprünglichen film wir zeigen es aber noch mal 30 meter das ist der mit der metall verstärkung drin das ist der richtig stabile wir zeigen noch mal zum verhältnis so einen normalen das ist der normale flexibel schlauch ohne metall ohne und jetzt machen wir die mal nebeneinander da siehst du allein schon ein riesen unterschied siehst du das also ist schon viel bessere qualität die haben wir wieder rein bekommen die sind vom fernsehsender wir waren ausverkauft jetzt mal in kürzester zeit wir haben wieder was haben wir denn wieder reingekriegt wie viele haben wir denn gekriegt fünf toiletten 6 170 stück machen 170 deals können wir machen 170 deals und zwar war der deal ja ein doppeldeal doppeldeal was haben wir dafür genommen 20 guck mal bitte was wir hier markt nehmen da haben wir uns doch wieder selber verschwimmt sie sind 30 na egal also haben draußen irgendwie 60 70 euro gekostet spritze klick mechanisch muss das alles dabei das ist hier wie sagt man hier gardena kompatibel oder wie kann man da sagen klick mechanismus und hier alles zum abschalten genau für alle camper ist das wichtig ganz genau weil wenn jemand camping dann kann er hier auch mal abdrehen man kann das als camping dusche nehmen und so weiter und so fort oder haben wir alles gesagt muss man noch was sagen überall klicken klicken oben unten hinten vorne und tschüssi tschüssi